In diesem Video erklären wir dir, wie die Programmoberfläche in Shotcut aufgebaut ist und welche Funktionen es gibt. Nachdem du ein Videoprojekt geöffnet hast, siehst du diese Oberfläche hier. Lass dich nicht von den vielen Knöpfen und Fenstern einschüchtern. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie das Programm funktioniert. Auf der linken Seite siehst du die Wiedergabeliste. Hier werden alle Bilder, Videos und Audiodateien angezeigt, die du in das Projekt importiert hast. Bei Aufgabe 3 erfährst du, wie genau man Medien importiert. Auf der rechten Seite befindet sich der Quellemonitor. Hier kannst du alle Medien aus der Wiedergabeliste anschauen. Dazu machst du einfach einen Doppelklick auf die Datei, die du im Quellemonitor anschauen möchtest. Unterhalb des Quellemonitors findest du die Buttons, um ein Video oder eine Audiodatei im Quellemonitor zu starten oder zu stoppen. Mit der Maus kannst du durch Klicken zwischen dem Quellemonitor und dem Projektmonitor wechseln. Der Projektmonitor zeigt dir die Medien an, die du auf die Zeitachse gezogen hast. Die Zeitachse ist der Ort, wo du Videos, Bilder und Audiodateien zuschneiden, aneinanderfügen und verschieben kannst. Du kannst aus der Wiedergabeliste Medien per Drag & Drop, also durch Klicken und Ziehen mit der Maus, in die Zeitachse ziehen. Du findest in der Zeitachse verschiedene Werkzeuge sowie Videospuren und Audiospuren. Auf den Videospuren kannst du Bild- und Videodateien ablegen. Die Videospuren funktionieren wie verschiedene Ebenen, die du übereinanderlegen kannst. Dabei ist dann das, was auf der obersten Videospur liegt, sichtbar. Auf den Audiospuren kannst du Audiodateien ablegen, wie Musik, Sprachaufnahmen oder Soundeffekte. Jede Video- und Audiospur hat dabei eigene Einstellmöglichkeiten. Mit dem Schloss kannst du eine Spur sperren, sodass diese Spur nicht weiter geändert werden kann. Durch Klicken des Lautsprechers kannst du eine Spur stumm schalten und durch Klicken des Auges kannst du eine Spur ausblenden. Durch Klicken in die schwarze Zeitskala in der Zeitachse kannst du den Abspielkopf bewegen. Der Abspielkopf zeigt dir, wo du dich gerade in deinem Video befindest. Wenn du den Abspielkopf an den Anfang der Zeitachse ziehst, wird dein Video von Anfang an im Projektmonitor abgespielt. Die Zeitachse wird mit den Buttons unterhalb des Projektmonitors gesteuert. Hier kannst du das Video starten und pausieren. Alternativ kannst du zum Starten und Stoppen des Videos auch einfach die Leertaste drücken. Ganz oben siehst du eine Reihe mit verschiedenen Knöpfen. Damit kannst du dein Projekt speichern, aber auch verschiedene Fenster ein- oder ausblenden. Zum Beispiel kannst du auf Pegelmesser klicken und bekommst dadurch eine Lautstärkeanzeige. Außerdem kannst du einen Schritt zurückgehen, wenn du einen Fehler gemacht hast oder etwas ändern möchtest. Jetzt hast du schon einige Funktionen von Shotcut kennengelernt und kannst bei Aufgabe 2b dein Wissen testen.